Ihr müsst doch mal vorher erklären, was ihr macht. Killen, dein Licht irritiert mich. Killen, mach mal dein Licht raus. Ja, wir sind zu zweit, weil wir vertragen Doppelverfügung. Und ich hab's mal gemacht. Mach, willst du erklären, warum geht das gar nicht? Oh, stopp. Du kennst schon mal, wie dein Name ist ja klar. Also, pass auf, mach dir jetzt einfach mal ein bisschen was. Ich weiß noch gar nicht, weil das hier zukommt. Das war kein Sinn. Das muss doch von der Hand weg. Ja, das geht auch weg. Man muss nur genug Salz raus. Aber dann ist ja noch weiter das. Sonst rutscht von der Hand runter und dann ist gar kein Salz. Anlecken. Ja, das war der Trick. Ja eben. Vorne die Kerne entfernen, weil es gut aber weh wenn die auch. Was war dein Salz drauf? Ja, keine Kerne dran. So, Salz drauf. Nein, das reicht nicht, das reicht nicht. Ich bin eigentlich noch nicht hier an der Wette. Ja, das machen sollte. Oh, das brennt auf meiner Haut. Das ist die. Einmal aufgefangen, jetzt wird kein Grund mehr. Die Kieler, ein bisschen umgesehen von der Reihenfolge her. Die Reihenfolge bleibt die gleiche. Ja, okay, aber von den Körperteilen her. Nein? Salz fliegen, die Kieler trinken und Citronie auch. Okay. Aber offene Augen. Ja, das ist so. Achso, aber von oben zusammen und runter tropfen. Ja, richtig. Okay. Ja, dann hoffst du die Kieler nicht ins Auge zu stecken. Ich würde es wahrscheinlich auch dort machen. Leute, das machen wir nur mit der Tatum. Ja, das machen wir auch. Ja. 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 Ich glaube, bei denen nicht mehr.